Da muss man jetzt ein paar Einwassungen geben. Ich bin schon Meisterkoch, aber was kommt rein? Die sagen hier, noch mal zwei Prisen Salz auf jeden Fall mit dazu. Jo, ist drin. Pfeffer soll es auf jeden Fall, wenn du ein bisschen mehr willst, ordentlich Pfeffer reinmachen. Ist fertig? Jo, schau es dir an. Warte mal. Das sieht aber gar nicht aus wie auf dem Bild. Du kriegst doch gar nichts hin, ne? Gib mir mal das Tablet jetzt. Ist doch geil. Und sag ich, dass du gut malen kannst? Ja, gut ist immer relativ, ne? Aber ich sag, ich würde mich persönlich von Da Vinci nennen. Dann mal mich doch mal. Na, schwierig die Hässlichkeit einzufangen, aber... Bist du fertig? Hm, ja. Sag mal. Alter, richtig sick. Aber jetzt reicht's doch langsam. Ich will mich ein bisschen entspannen. Oh, fantastisches Spiel hier von Asops. Wie viel EPS-Titel hat er hier schon abgeräumt? Und das Oracle gerade mitten in die Eko geflogen. Macht unendlich viel Schaden. 15,4. Und natürlich gegen die Probes noch ein bisschen extra. 11,6. Oh, aber viele Colossier hat er jetzt gegen sich. Vier Tempest sind momentan auf dem Feld. Wie viel braucht er denn für einen One-Shot? Fünf. Hat jetzt genug Tempest auf dem Feld, um einfach drüber zu marschieren. Und wir gratulieren ihm zum vierten EPS-Sieg hier. Unglaubliche Spiele von Asops. Super Leistung hier einfach von ihm.